Ich war bei Dominik Remde im Körper-Intelligenz-Basis-Seminar und muss sagen, das war eine wirklich super Erfahrung, lehrreich für mich, lustig und spaßig, die ich auch nur jedem weiterempfehlen kann. Vor allem Leuten, die irgendwo wissen, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, die aber noch nicht so richtig den Zugang dazu wahrnehmen oder erfüllen konnten, wie es sich wirklich anfühlt und wie es sich ausdrückt, wenn man mit allem verbunden ist und sich dem Fluss des Lebens hingibt. Über einfache Übungen schafft es Dominik, dir die Erfahrung zu vermitteln, dass du wirklich in direkten Fällen den Unterschied spürst zwischen du bist mit allem verbunden in Liebe, in der Präsenz im Moment und das Leben arbeitet für dich und alles geht mühelos ineinander über oder du bist nicht präsent im Moment mit allem verbunden, sondern versuchst irgendwas zu erreichen aus deinem Willen heraus mit Kraft und du wirst relativ schnell merken, dass sich das wirklich sehr anstrengend anfühlt, aufwendig ist und dich wesentlich langsamer und mühevoller zum Ziel führen wird, als wenn du einfach mit der Lebensenergie kooperierst. Ich habe das relativ schnell auch in meinen Alltag integrieren können, dass ich immer wieder, obwohl es jetzt schon zwei Monate her ist, in Situationen mir das Erfahrene wieder ins Bewusstsein hole, indem ich mich verbinde und im Moment bleibe. Und vorher wusste ich nicht mal genau, wie sich das eigentlich anfühlt oder was das genau sein soll. Ich habe es immer nur gelesen oder irgendwie gesagt und verstanden und gewusst, aber nie erfahren und das ist der große Mehrwert, den das Seminar von Dominik bietet, dass du da wirklich den Unterschied erkennen kannst, wie einfach und doch subtil sich der Unterschied anfühlt. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Seminar. Kann ich dich nur einladen, auch dabei zu sein.